Für mehr Lebensqualität, die Villa Gaza, Euer Vermarkter für Wohnheigentum. Mein Name ist Markus Gerber. Ob Sammler, Künstler, Buchautor oder ganz einfach für Leute mit Weitsicht, ist die Villa Tiffany genau das richtige Objekt. Das Leben, Inspiration und Kommunikation spielt hier eine zentrale Rolle. Der besondere Grundriss ist die vielseitige Gartenanlage mit dem Schwimmbad im Zentrum. Und nicht zuletzt die Einstellung für Platz von 9 Autos. Da lädt bei diesem Mann kein Wunsch mehr offen. Dir die Frage an der Wünschenden Besichtigung mit einer ganz besonderen Überraschung? Für Euer Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Auf Wiedersehen. 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 Hallo? Hallo? Ist euer Wohneigentum zu klein geworden? Oder viel zu gross? Dann ist es Zeit für eine Veränderung. Ihr wollt aufgrund eurer Persönlichkeit, Lebensbereiche und finanziellen Möglichkeiten eure Lebensqualität steigern. Dann stehen wir gerne zur Verfügung für noch umfassende Beratungen. Mein Name ist Markus Gerber. Villa Casa AG – für mehr Lebensqualität.